Herzlich willkommen zu Sekiro E-Sports. Wir haben einen neuen Ausrüster, er ist Denim-Jeans-Jackets. Und wir sind die Denim-Jeans-Jackets-Brothers of Skill. Die Blue Man Group war schon weg. Aber ist halt so, das ist unsere Uniform, ne? Wir sind jetzt hier beide, ja, E-Sport, wir sind aufgekauft worden. Wir haben noch keine, also hier ist noch Platz, ne? Diese Flächen können sie kaufen. Ich zieh auch ne Kappe auf, er hat schon eine. Das Rocket Beans kann man raussticheln. Ja, wir zahlen viel zu wenig, ich bin offen für Neuverträge. Äh, gleich geht's los! Superskill! Sekiro! Hi! Wenn ihr das hier seht, ähm, ihr denkt vielleicht, was, sind wir heut gar nicht live? Nö, wir sind aber fast live. Während ihr das jetzt seht, hier bei uns, live auf Rocket Beans TV, spielen wir noch weiter. Ist das nicht geil? Ist das nicht eine Zeitverquickung, die man kaum ins Gehirn prügeln kann? So, so irre ist das. Bei uns ist ein multidimensionales Zeitfertigen, ist hier normal. Genau. Ist hier nur Montag. Wir machen nämlich zwei Folgen, eine ist jetzt hier, wunderschön frisch für diesen Freitag. Und, ähm, während ihr das hier gerade anfangt zu schütteln, spielen wir noch eine zweite Folge fürs Wochenende oder wann auch immer sie kommt. Wann kommt sie eigentlich? Ich bin auch nicht ganz sicher. Ja, am Wochenende kommt sie nicht, aber irgendwann nächste Woche wahrscheinlich. Aber ich bin auch froh, dass wir so viel Zeit plötzlich wieder haben, um Sekiro zu spielen, weil das haben wir uns ja auch gewünscht. Ja. Ja, wieder mal ein paar Stunden am Stück. Ja. Und es hat sich zumindest beim letzten Jahr auch belohnt, finde ich, die drei Stunden Übung, dass wir dann es endlich auch geschafft hatten. Und? Letztes Mal sind wir ein bisschen rumgeirrt. Diesmal wissen wir aber, wo es lang ist. Ja, ja. Huck. Ach, shit. Huck, ja, ja, erst mal reinkommen wir da. Okay, mach was. Würde gern jetzt mal Konter machen. Ja. Ja, okay. Ja, zieht wirklich mega ab. Guck mal, danach sind ja wirklich nur noch... Ja, ja. Aber das ist ja auch nur ein kleiner armer Mönch. Der fehlgeleitet ist vom Wunsch nach ewigem Leben. Das hat ihm ironischerweise den Tod beschert. Ja, oder? Ist das nicht eine ironische... Ich finde aber... Waren wir da unten schon? Ja, gut, eindeutige Antwort. Ich finde, ein Mönch, ne? Also, in Begriff... Ein Mönch ist ja jemand quasi, der die Göttlichkeit auf Erden sucht. Sucht. So ungefähr. Und ihr folgt und so. Und dabei ist ja eigentlich auch immer Verbrannte. Das ist ganz komisch. Gefesselt und verbrannt. Von den Mönchen. Boah. Und ist nicht eigentlich das Streben eines Mönches nach ewigem irdischen Leben so ein Widerspruch in sich? Müsste der nicht eigentlich... Will ich ja ins Himmel rein. Ja, was auch immer man da hat als Valhalla, Nirvana. Apropos Nirvana. Ja. Kommen die ins Nirvana, wenn ich... Also, ich weiß, sie kommen schon mal nicht ins Nirvana, weil sie keine... Aber kommen die ja rein, also wie Valhalla, kommen die rein, wenn ich sie töte? Oder müssen sie im Kampf sein? Und wenn ich sie hinterlistig töte, als Kampfmönche, kommen sie dann in den Himmel. Also, bei den Wikingern... Ich weiß. ...ist es wichtig, dass sie das Schwert in der Hand haben. Hat er ja. Ah, er hat's nicht mehr geschafft mit der Hand dahin. Seine Hand ist sein Schwert. Stimmt. Also, von daher... Das ist perfekt. So ist das entstanden. Hey, möchtest du nicht ein Schwert? Nee, 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 nee. Wenn meine Handkante das Schwert ist, komm ich immer nach Valhalla. Egal, was passiert. Also, das Nevada ist das asiatische Valhalla. Das ist ja bekannt. Äh, das stimmt. Wir sollten mal eine Sendung über Religion und Glaubensrichtung machen. Äh, bin ich dabei. Weil, ja, wenn ich mich mit was auskenne, dann damit. So. Du irrest dich. Warum haben wir diesen Sack schon... Weil ich da schon war. Ah, ich war da schon überall. Aber ich hab mich doch hochgekämpft. War doch alles so weit? Ja, alles gut. Und du kannst jetzt entweder da durch diesen Palast, da waren wir aber auch schon, ich weiß gar nicht, ob da Sackgasse war, und da oben hoch, da ist ein... Und wir sind einfach nach oben weitergegangen. Und dann kommen wir irgendwann zu diesen Typen, die von vorne aussehen wie von hinten. Anna? Anna. Du siehst aus von vorne wie von hinten. Und da ist gleich dieser komische Ekeltyp, der nicht sterben will. Kommt da auch gleich noch. Da sitzt er gleich, da hinten. Aber den Sitzer... Ach, das ist nur so ein Insekt. Ja. Kann ich den Sitzer... Der da hinten, ne? Der Besitzer. Kann ich nicht hinter den kommen ohne... Also stehe er? Ja, aber die anderen sehen dich dann ja. Aber der ist ja... Der kann ja nix. Ach, der kann ja nix, stimmt. Der steht noch mal wieder auf. Vielleicht kann man sich den auch mal angucken. Also, was macht der überhaupt? Na gut. Dass der die auch nicht gewarnt hat, oder? Das fand ich ja, ehrlich gesagt, ziemlich hinterfotzig. Poser. Jetzt kommt er, Dickmops. Ach ja, der war ja auch noch da. Ah, okay. Digi, 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 can't you see? Keule. Oh, ich komme hier gerade nicht rein, aber es ist ja auch wieder ein halber Tag vergangen. Hier, die gebe ich mal einen mit. Ach, geht gar nicht. Doch, geht. Okay. Das sind schon viele auf einmal, ne? Ja. Kann schon schnell vorbei sein jetzt, wenn ich hier... Ja, aber erinnere dich einfach an die Lehren des Genichiro. Das ist zu spät. Alles zu lange her. Heilung ist aktiviert. Ja, ja, aber ich will ja auch... Vorsicht, Klumpen, Mann. Krass. Guck dir das an. Naja, ich bin noch nicht drin. Ja, aber es ist nicht schlimm. Ich flüchte. Es kann ja nicht jeder so viel Skill haben. Wie ich das letzte Mal, als ich da war. Hör doch mal ins Maul. Es ist keine Schande in der Flucht. Für sie haben wir leider immer noch nichts. Nee, sie wollte das Reis weg. Ach, Reis, ja, weil den gibt's in Asien leider nicht genug. Nee. Ganz seltene Geschichte. Okay, seht ihr mich? Oder sie spüren mich? Ja. Wenn der jetzt... Nee, jetzt geht's zurück. Aber die Keule würde dadurch glitschen. Ja, das glaube ich auch nicht. Das wäre locker. Aber wenn die sich jetzt umdrehen, kann ich ja einfach zack, zack, schnack von hinten. Aber die sehen mich. Das hört nicht mehr auf. Nee, bist zu dicht dran. Die riechen dich ja auch. Die riechen dich, aber sehen dich nicht. Die hören mich an der Wand entlang schleichen. Und diese ekligen, schwarzen Drecks... Insekten da, die da so rumkriechen mit ihren Flügelscharben. Und mit denen leben sie halt auch zusammen. Das ist ganz schön ekelhaft. Das ist mega ekelhaft. Soll ich vielleicht, bevor ich jetzt da weiterkämpfe und sterbe, hier mal weiter? Ja. Haben wir das schon gemacht? Da kommst du gleich zu diesen Leuten, die von vorn aussehen wie von denen. Du kannst da noch höher. Guck mal. Auf dem Baum war ich noch nicht. Geht's noch höher. Guck mal. Ja, lass mich grad nochmal hier den Ast ablaufen. Uh. Das ist ein sehr schönes Setting hier. Ja. Wunderbar herbstlich oder so. Ganz prima. Geil. Da geht's lang. Voller Megabaum. Da würd ich mir gern ein Baumhaus drauf bauen. Also über dem... Boah, das würd ich... Boah, da wird mir schon schlecht. Wirklich, wird mir schlecht, wenn ich jetzt runtergucke. Und mir vorstelle, dass ich dann ein Baumhaus baue. Oh. Das Glas. Wär der perfekte Baum. Ja. Kannst du eigentlich mehrstöckiges... Ja. Hier in den Swimmingpool. Infinity Pool. Infinity Pool. Da kommen wir nicht hin. Das sieht nicht gut aus. Nee. Okay. Tschu. Nanu? Ach. Was ist denn... Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Das sind die Schergen mit dem... Hinten wie von vorne, look. Nee, das ist nur ihr Fackelmann. Das ist nur ihr Fackelmann, aber... Da hinten... Ah, ich verstehe. Da war das ja. Aber einer ist ja noch okay. Einer ist... Im Prinzip ein Opfer. Lächerlich. Duck dich, duck dich, duck dich, ja. Hier war nie jemand Hier war schon immer zu zweit Wo ist denn eigentlich der andere? Da ist doch noch einer, oder? Ja, die waren dann zu zweit Echt? Also es waren... Weil ich will... Eigentlich will ich nicht gegen den kämpfen Ich will den einfach schön von hinten Ja, das ist doch okay Das würde wahrscheinlich machbar sein Aber da ist, glaube ich... Irgendwo war da noch ein zweiter Aber den einen kriegst du wahrscheinlich Ja, da oben ist er, siehst du den? Weil... Da ist er So kommst du nicht an Vorne Obwohl doch, ja, da vorne ist er ja erst Aber wo ist vorne bei ihm? Da, äh, er guckt nach links Ja Nein, was? Der war doch das Leuchterei Ohhhhh Hack, hack Naja, jetzt kannst du wenigstens auch mal richtig gegen die kämpfen Mit deinen unfassbaren Skill Unter Beweis stellen Ey, warum ging das jetzt nicht? Ist auch keine Wiederaufwahrstörung mehr, ne? Ach, shit Ey, ich kann mich mit denen jetzt eigentlich nicht anlegen Eigentlich muss ich wirklich Jetzt erst mal den... Links hoch? Ich weiß nicht, was ist da links hoch? Den Hasenfuß machen Man kann ja überall hoch Ja, jetzt hab ich sie auch weggelockt Das war natürlich der Plan Ja, und da war ich nämlich auch Und da... Da waren wir noch nicht Ja, geil Da waren wir noch nicht Was ist da? Jedenfall neu Die Musik hat noch nicht ganz geschnallt Dass wir schon längst weg sind Weil wir zu schnell sind Da ist ein Schrein Prima Ah, super Das ist ja zum Schrein Geil Ja, das ist natürlich perfekt Eines Bildhauers Ja, eigentlich Wir haben alles Mit Geisterembleme haben wir genug Eigentlich haben wir alles Kurz mal gucken Was wir vielleicht Ich freu mich immer gerne auf irgendwas Was wollen wir als nächstes machen? Du wolltest eine von diesen Sachen hier haben Ja, diese Versteck-Mann-Sache Sind die Fähigkeit, die das Vermögen eines Feindes Zur Wahrnehmung mindert Ja, warum eigentlich nicht? Ja, da kann man sich immer gut schleichen und so Aber wir brauchen zwei Dann lasst doch kurz Mal hier zurückgehen Und uns mal ein, zwei von denen schnappen Kann ja sein, dass sich das gleiche als Fehler zeigt Vielleicht sterbe ich Was ist da unten noch? Ah, okay, der hätte es richtig haben können Ja, ja Ja, war schon der rote Punkt War schon zu sehen Alter, er ist ja wohl der trägste Ich krieg den roten Punkt im Moment Er ist ja aller Er ist ja aller dümmste hier mit dem Schild Fantastisch Sind die dumm Und jetzt kannst du auch alleine gegen ihn kämpfen Ich hab diesmal gedrückt Aber ich hab, glaube ich, auch eine Richtung gedrückt Was man ja nicht machen sollte Er ist im Moment ein ziemlich beeindruckender Akrobat So, boah Ja, er lenkt einfach nur extrem ab Mit seinem Rumgewirbel die ganze Zeit Man kann schwer Das ist wie bei Indiana Jones Wo er den einfach dann abknallt Nein Oh, jetzt muss ich abhauen Ja, das war klar Shit Jetzt kommt die Frage Wenn die weglaufen Also, laufen die weg Oder kann ich sie von hinten sozusagen Das find ich nämlich immer am hinterhelligsten Das ist das allerbeste Ich nehm ich Nein Die haben es direkt Schnallt Ey, nein Das ist manchmal Für man nur abhauen Man weiß ja schon Man ist unterlegen Man will nur geben Oh Hab ich denn Da sind die alle Wie geil Hab ich die Punkte schon Hab ich den ganzen Kram hier schon Nein, immer noch eins Schnellen Aber immerhin gibt's Einer ist da noch Ja Oh, den kann ich mir auch noch nehmen Noch einer Dahinter noch Dann hab ich Ja Oh, tschuld, oi Lala Ich stehe hier einfach so Und guck den Stein an Ja Jetzt haben wir zwei Punkte Ja Okay Jetzt holen wir uns den Käse Käse, Käse Da ist noch Gold Ja Bin mir unsicher Ob ich Kämpfen soll Oder Gold Wenn ich jetzt schnell bin Ja, aber das kannst du einsammeln Also in Aber ich möchte Ja, er hängt an der Treppe Ja, er glitscht Oh, das ist ja fantastisch Selber schuld 186 Oh Wo kam der jetzt her Hier plötzlich Und wo ist das Oh, hier nicht Gold Ist schon wieder weg Okay, jetzt können wir mal richtig kämpfen Man, Fernkampf Nie, alleine Genau Ah Oh, der Ninja Sterne Hat das, hab ich Ich weiß grad nicht Vielleicht ist der auch nicht Oder war das Der muss ich da einfach drüberspringen Oder so Okay, okay Jetzt muss ich mal ein bisschen Wieder kämpfen Weniger gucken Das ist auch kein Aufwahrsteher mehr Okay Hm, Fernse Beasts Nice Nice Alter, was ein Dervisch. Das ist schon geil irgendwie auch. Aber der ist ... Er ist schon ein bisschen verwirrend. Siehst du, er hat mich. Fuck. Aber er hat's auch verdient. Egal, wir haben ja den zweiten Punkt. Wie ist das eigentlich mit der Zeit? Wie viel? Ja, du hattest jetzt, glaub ich, 26 Minuten oder so. Und dann machst du einfach bis Werbung. Und dann mache ich 26 Minuten. Ja, wollen wir's mal machen? Ja, ist doch jetzt. Oh, den wollten wir auch mal heute noch benutzen. Ich komm grad noch nicht so rein. Aber wir kommen voran immerhin. Jetzt haben wir nur leider viel Gold verloren. Das ärgert mich eigentlich. Ich kauf jetzt mal einfach Geister-Embleme davon. So. Jetzt kannst du schön sterben. Hätt ich echt vorher machen sollen. Ah, nee, ich bin jetzt noch. Ich denke, da oben, aber vielleicht auch hier. Da ist was. Ja, überall, ne? Alle Wege führen nach woanders hin. Da kann man auch runterhüpfen. Man könnte von da so runterhüpfen. Da oben geht's aber auch hoch. Upp. Sollte man das hier mit dem Runterhüpfen nicht lieber jetzt machen? Ich finde, runter ist grundsätzlich immer einfacher als hoch, finde ich. Okay, wir denken einfach dran. Bei dem neuen Hilltower noch mal geradeaus. Vielleicht ist hier ja auch eine Sackgasse. Wer weiß ja schon. Naja, so ein Eis. Werde die gleich mal benutzen. Ah, da ist was. Ja, ja, ich hab's gesehen. Oh, ein Rappenmann. Mit Gift. Ja. Kannst du ja mit der Axt immer gut machen. Äh, Moment. Ich will eigentlich... Das wollte ich. Bin ich okay. Den will ich mal behalten lassen. Mit dem kannst du so dich hinter den Morphen. Ach ja, ist ja lustig. Ach nee. Wie war der noch mal? Hab bestimmt so lange nicht mehr gemacht. Ah. Noch einer? Ja. Und ich bin vergiftet, wenn ich das richtig verstehe. Naja, sehr gut. Noch einer. Oh, die Rattenbande, ey. Die sind immer zu dritt. Die sind doch normalerweise auch unterschiedlich stark, oder? Ja, das ist... Die müssen natürlich auch eine Hierarchie haben. Wenn die alle gleich stark wären, dann würden die sich so lange gegenseitig kämpfen. Über den Sith. Okay, wie kann ich... Ah. Giftung, Verbrennung. Bist du denn jetzt noch vergiftet? Ja, oder? Ich glaube ja. Gegenmittel. Ja, heilt. Ja. Gut. Das ist deine Heilung. Links da unten, okay. Ja. Okay. Okay, hier geht's überall hoch, hoch, hoch. Da unten ist... Ich will erst mal da... Da kommen wir her, okay. Erst mal... So gut. Jetzt ist alles geräumt. Was hier ist. So richtig schön, diese... Ich hab immer Angst, was zu verraten. Da ist noch so einer. Ja, haben wir gesehen. Na, wieso war denn da kein roter Punkt? Vielleicht kann man die nicht überraschen. Oh, der Blick noch. Ja, das war's. Nein, die sind auch echt ganz schön klein. Die müssen auch irgendwie ein bisschen Respekt haben. Die sind ja deutlich größer. Ja, aber die wissen schon, was irgendwie draus zu machen. So, wo ist der? Der war doch eben da. Das ist da unten. Geht's da noch hoch auf der anderen Seite? Mal an den Felsen? Oh, da ist der Baum. Okay. Überall so Kratzspuren. Ja, siehst du da, ja. Oh, hier geht's aber ganz schön verzweigt lang, ey. Ich hab jetzt schon die Hälfte wieder vergessen, des Rückweges. Ja, ist gut. Ja, gut. Ich sag's hier noch. Oh, weh. Aber jetzt will ich, eigentlich will ich da runter, ne? Wenn ich das so sehe. Oh, guck doch erst mal hoch, was da oben ist. Ja, aber das, das hier ist Geheimgang. Das ist Hauptlevel. Siehst du? Da ist so ein großes, oh doch nicht. Großes Areal, wo du nicht hin kannst. Da geht's mal auf den Baum. Ja, da geht's tatsächlich. Scheint es wieder hoch zu gehen, ja. Ja, ey. Ich guck jetzt erst mal links runter. Ich würde nicht ausschließen, dass wir irgendwann an einem Punkt, wo wir schon mal waren. Aha. Voll viele. Hier sitzt doch auch gleich noch jemand. Und schnitzt die alle. Ich bin auf halber Höhe auf dem Balkon von Nioh. Wir sind nicht einfach im Wind. Alle sind hier. Mysteriös. Vielleicht muss man das irgendwann geben auch. Ach, guck dir das mal an, ey. Wie weit oben wir sind. Boah, wenn du da so einen Flugleiter hast, ne. Jetzt einfach. Ja. Aber auch schön, dass man die, wirklich die Gebiete sieht, in denen man schon war. Wie krass wir gewandert sind. Da würde ich jetzt, wenn es in echt wäre, sagen, jetzt mal langsam Heimweg wieder. Es wird schon dunkel. Ja. Okay, hier rechts siehst du noch den Bildhauer, das kleine Pünktchen. Und wo war dann jetzt... Krass. Mann, da irgendwo. Wo ist der Baum? Da, oder? Siehst du? Ist das nicht der Baum? Ja, ja. Aber was ist denn hier noch... Aber ich will den Baum haben, Nils. Ja, aber ich meine, da müssen wir ja immer noch mal hier nach oben fahren, um wieder zu gucken, ob... Aber wer weiß, was da unten ist. Aber guck erst mal hier oben. Weil wenn... Sonst muss ich ja noch mal da hochlaufen und gucken, ob wir irgendwas zu übersehen haben. Und dann runter kannst du ja immer. Ich bin einfach der Mann für Geheimgänge, Nils. Das ist auch richtig. Aber ich meine, weil... Vielleicht ist ja hier auch Sackgasse. Da müsste man extra noch mal den ganzen Weg hochklettern. Vielleicht finden wir ja auch ein Dings, eine Figur. Das ist was. Ja, ja. Das wusste ich doch schon. Alter, sieht der stark aus. Ja, das ist Dark Souls. Ist das ein Ritter? Siehst du genau, deswegen wollte ich hier nicht hin. Ja, aber das konnte doch wirklich niemand ahnen. Okay, aber kann ich jetzt... Wie kann ich... Wie komm ich... Das ist Dark Souls. Das ist ein Ritter. Ähm, ja... Du hast gar keinen Punkt. Nee. Ich... Nach oben. Was war doch mal? Letzte Besuchte. Steigst du. Ah, er kommt. Ja, natürlich. Scheiße. Oh, aber es ist da rechtskammer her, ne? Kannst du da raus? Nee, wahrscheinlich stirbst du da. Sonst wäre das nicht offen. Sonst wäre das nicht offen. Alter. Okay, das ist ja... Du kannst wieder auferstehen und dich verpieseln. Du musst ihn nur rankommen lassen, dann läufst du bis zum anderen Ende und dann kannst du die Flasche... Nee, der Nebel ist ja da, ne? Ja, die Flasche, meine ich, wolltest du doch nehmen. Ja, okay. Oder du kämpfst. Nee, aber doch nicht so unvorbereitet und... Nee, nee. Ich hab ja nichts dagegen, gegen die zu kämpfen, aber da muss ich auf jeden Fall irgendwie... Außerdem wollte ich eigentlich erstmal diesen kleinen... Kleine Sackgasse. Aber da muss... Irgendwo muss da auch ein Buddha sein. Man kann ja jetzt ja nicht den ganzen Weg jedes Mal laufen bis zu dem. Also da muss... Irgendwo haben wir ein Buddha wahrscheinlich übersehen. Aber der ist ja echt in so einer... Ich meine, jetzt mal ernsthaft, was willst du mit einer Rüstung machen? Ich glaube, ich glaube wirklich... Äh, ganz am Anfang gab's doch mal auch diese... Gab's ein Gespräch über einen, der in seiner Rüstung ist und es gab aber auch irgendwie... Es gibt irgendwo auch ein Feature, wo du mit einem Greifhaken Rüstungsteile wegnehmen kannst. Aber die haben wir, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob man das nicht vielleicht für den haben sollte. Aber wie lustig, der aus dem Nix auf einmal so ein Endpost. Aber jetzt, okay, ich werd ihn gleich mal... Ich will auch schon mal gleich kämpfen. Gegen den. Ich hab ja noch sieben Minuten, dann mach ich das gleich noch mal. Können wir vorher noch irgendwas Sinnvolles machen? Haben wir alles schon gemacht? Geheilt hast du auch schon alle? Nö, ne? Ich red noch mal kurz wegen Prothesen. Ne. Ja, verbessern vielleicht. Ah, wir könnten ja auf jeden Fall mit ein bisschen Geld... Weiße, wir haben ja kein Geld. Und was brauchen wir für dieses Feuerwerk? Das find ich ja immer so geil. Das hier. Ah, brauchen wir noch eins von dem gelben. Was ist denn das? Gelbes Schießpulver. Noch ein gelbes Schießpulver und dann können wir das verbessern. Ich hab gelesen, dass man, das könnte man, äh, Schießpulver, da kennen wir ja. Äh, ich hab gelesen, dass man... Ah! Warte mal. Dass man bei diesen Waffen, wie zum Beispiel der Axt und so, dass es noch eine zweite Funktion gibt, wenn man länger gedrückt hält. Mhm. Ich mach das grad mal. Geht das überhaupt? Achso, weil ich hier im friedlichen Gebiet bin. Hier jetzt schon mal nicht. Also, das wurde mir so... Alter! Jetzt ist grad gedrückt. Ich halt jetzt gedrückt, ja. Normalerweise ist das oder was? Okay. Und das ist der und hat das noch ein... Ah! Oh, einmal um einen rum. Auch gedrückt gehalten, war das grade? Ja. Ja, das danke für den... Und das ist... Und da erkenne ich jetzt keinen... Das ist dasselbe, scheinbar. Äh, ja, danke für die Leute, die uns das grade als... Äh, oder vor... Ich glaub, gestern als Tipp irgendwo hingeschrieben haben. So. Dann kämpfe ich jetzt noch einmal gegen den Hoshi. Hoshi. Fünf. Und danach bist du dran, theoretisch. Mit... Kannst du ja auch gegen ihn kämpfen. Schau mal, wir haben zwei wichtige Orte jetzt gefunden, endlich mal. Auch schön. Äh, da muss es... Hier? Ja. Jetzt bist du... Jetzt fühlst du dich jetzt psychologisch... Besser auf ihn vorbereitet. Jetzt, wo ich weiß, dass er kommt, muss ich sagen, ich glaub nicht, dass wir ihn... Ich glaub wirklich nicht, dass ich ihn killen kann. Aber vielleicht mit der Axt oder so, man... Man weiß es nicht. Du meinst aber auch mal diesen Perk, dass man Rüstungen mit dem L2 abzieht. Ich kann mich... Ich weiß es nicht, aber ich kann mich an eine... An einen Texttafel erinnern, die einem versucht hat, das beizubringen. Eigentlich ärgerlich. Da oben muss doch auch noch mal irgendwo... Das kann... Oh, da sind die jetzt noch mal. Scheiße. Scheiße. Man kann es an ihm vorbei auch irgendwie. Da hoch, ne? Oh, das ist auch ein Goldtopf. Ah! Yes. Und hoch? Ja. Das ist sinnvoll. Gar nicht, dass ich mit denen abkomme. Da ist es nur einer. Ja, aber kann ich... Ich raff grad nicht. Über hier. Komm ich von hier... Na gut, dann muss ich wirklich so, ne? Geht nie an eins. An dem komm ich jetzt aber nicht so schnell vorbei. Ach, da hüpfe ich einfach drüber. Ja. Der stellt sich schon voll auf den epischen Kampf ein, Mann. Tschüss. Endlich. Das ärgert er sich. Ehrlich. Diesmal kann ich mich beweisen. Ja, das sind ja doch recht fix. Aber vielleicht ist hier trotzdem noch irgendwo... Du siehst auch nichts hier. Irgendwas blau leuchten. Nein, das ist halt eines... Noch nicht. Nee. Vielleicht irgendwie an der Hütte dran. Vielleicht so da links daneben oder so. Muss hier erstmal nicht reingehen. Wird ja auch wahrscheinlich angezeigt werden, ne? Können wir nicht dran vorbeigehen. Kommt man hier hoch? Geht nicht. Ja, extra... Hier oben waren wir auch. Extra so eine Wand noch eingebaut wurde, damit man ja nicht daran vorbeikann. Ist da oben. Der Berg. Was ist das? Ach so, warte mal. Da kommst du her. Ach, hier kommen wir her. Ja, stimmt. Ja, dann. So viel mehr bleibt mir nicht zu sagen. Außer vielleicht, ich checke mal, welche von denen auch mal schauen, welche Kampfkünste eventuell. Distanz verringern. Mehrere Fände gleichzeitig. Das ist schon der beste wegen der Haltung. In Jitsu. Ja, dann haben wir ja nur den, ne? Okay. Schützt. Warum mal nicht ausprobieren? Die sind immer geil. Und die Axt ja eigentlich auch. Hätte man noch... Hätte man noch irgendwas, was... Springenden Feinden... Schwinden. Man könnte auch... Ich versuch's mal mit brennend, weil der ja in einem Metall... Das würde ganz schön heiß werden. Wie lustig, wenn man den kochen könnte. Wird langsam. Aber der erinnert mich, das ist ja wirklich ein geiler Dark Souls-Moment gerade. Sagt er das, oder? Sagt er das, oder? Ne, das sag ich, ne? Der sagen das. Ah ja. Ach. Ja doch, du gibst ihm Haltung. Oh! Alter. Bewegungsmuster von diesen großen Ogern. Gut entdeckt, ja. Ist das vielleicht ein Ogre? Naja, die Ogre haben nicht so eine Rüstung. Ja, ich kann mich immer... Kennst du nicht mehr dieses Gespräch, wo sie gesagt haben, dass sie einen in eine Rüstung... Ne, er hasst die Rüstung und so. Da muss ich die ganze Zeit dran denken, wenn ich den sehe. Ja, 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 stimmt. Du hast völlig... Aber das war schon ein Stück weiter weg. Ja, das war ganz am Anfang, ne? Den haben wir aber nie gesehen, glaub ich dann. Du hast recht. Das kümmert ihn scheinbar nicht viel. Das ist auch eine asiatische Rüstung irgendwie, wirklich so, ne? So von den... Er hat schon verdammt viel Power, der Typ. Hinter seinen Schlägen, so. Aber er hat ihn auch schon ganz gut... Also man kann ihn rückschaffen. Ich bin nur einfach heute nicht so richtig bei der Sache. Ja. Sieht gut aus. Aber er ist ein sehr wütender Rittersmann. Ja, jetzt hast du ihn gleich. Ja. Seid ihr nicht sterben jetzt, ne? Ja, sieht schon ganz gut aus. Oh, wie geil. Ja, ja, ja! Runtergefallen! Okay, das war getriggert, das soll so sein. Ah ja, okay. Schade. Oh, tut mir ein bisschen leid. Hat er nochmal nach seinen Sohn. Oh Gott. Oh, das war ja spektakulär. Geil. Und noch ne Perle. Ja, nice. Und noch ne Fähigkeit. Nils! Eine Latentfähigkeit, die nach einem Totschlag Haltung wiederherstellt. Ah. Das ist ja fantastisch. Das ist sehr gut. Okay, okay. Das war richtig gut. Kurz nochmal hier theatralisch. Er war ein guter Kämpfer, doch er war eben nicht Nils Mon. Jetzt geht's gleich weiter. Wir machen kurz Werbung. Dann ist der Nils dran. Dann gebe ich die Macht. Sehr schön. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder? Wenn man mit so einem Moment das Pad abgeben kann. Das ist das Beste. Oder? Ich hätte nicht gedacht, dass ich den schaffe. Ich dachte, das ist so ein richtiger Hau drauf. Aber stell dich raus, war ein Fall runter. Fall runter, ja. Fall Obst auch. Nach Genichiro ist hier alles Fallobst. Ja. Bisschen Werbung. Bis gleich. Da ist es wieder soweit knallt durchgenommen. Teil 2 von Folge 800. Ich weiß gar nicht, wie wir folgen wir haben. Aber was jetzt folgen wird, das weiß ich dir, Nils. Räumt jetzt weiter auf, jenseits dieser Brücke. Wo wahrscheinlich dann... Da ist das Staturengeschöpf Magnetitschrott. Ah, wir warten auf gelbes Schießpulver. Sobald wir gelbes Schießpulver haben, könnt ihr... Es bringt nichts, wenn ihr in den Chat spammt. Aber ihr könnt es trotzdem machen. Ich raste mal. Denn dann holen wir uns endlich das eine Upgrade noch. Wir brauchen auch noch Geld. Ich hab ja eben dummerweise alles in diese göttlichen Dinger. Aber du holst dich auch noch ein bisschen gut. Hier ist wieder richtig Action da. Kommen wir aufs Haus. Hier links geht's weiter. Würdest du da wohnen wollen? Auch wenn es bedeutet, dass du... Ja. Na, aber vergiss nicht. Es gibt halt keine Aufzüge. Es gibt... Ede brauche ich dich das gar nicht fragen. Aber es ist halt so, wenn du einkaufen willst, musst du vielleicht auch mal drei Kilometer die Wand entlang. Aber hab ich nicht Lakaien, die für mich einkaufen gehen? Ja, dann kannst du ja überleben. Dann ist ja egal. Dann kannst du auch im Paradies leben. Dann kannst du dir sowas auch bauen. Keramik-Splitter original. Wir haben sehr viele Keramik-Splitter mittlerweile. Ja, aber ich... Ey, da... Oh, da ist was. Hm? Unter mir. Aber wenn da unten nicht ein Karpfen ist... Dann weiß ich auch nicht, ne? Was ist denn da bei... Ach, ein Wolf. Junges. Das ist dieser Panther, von dem alle reden. Jetzt ist er tot. Oh, noch einer. Ja, aber ich bin zu krass für alle Panther dieser Welt. Die können ja wirklich nichts. Ja, die können nichts, weil ich sie krass aussehen lasse. Tag. Das muss man doch erst mal hinkriegen, wie geil ich hier gerade gewesen bin. Das ärgert mich, dass ich nicht den Knoten, den Gordischen... Wer verriegelt so seine Tür? Geht die morgens aus dem Haus und, äh, Schatz, vergisst nicht, ihr abzuschließen. Ja, okay. Ich bin schon dabei. Welch, einen nordischen Knoten oder einen Knüppelknoten? Mach den Gordischen. Ja, okay, mach den Gordischen. Und alle anderen können ja einfach wieder entknoten. Es gibt auch gar keinen Sinn. Nein, es gibt Familienknoten. Die kennen nur die Familienknoten. Das ist so gut. Hey, was machen sie denn da? Sie wissen doch gar nicht, Polizei! Das waren die Probleme damals. Auch weil alle Hütten gleich aussehen und alle Berge gleich aussehen. Einfach alles. Hier sind wieder ganz viele Typen. Oh. Da im Wasser ist doch... Oh! Oh, rein mit dir. Die sind aber riesig, oder? Ach nee, der sah nur so aus. Ich dachte gerade, der ist vielleicht dreimal so groß wie die anderen Karpfen. Oh, noch zwei. Geil! Wir haben die noch nie benutzt, ne? Nee, ähm... Wir wissen beide, wo wir hingehen müssen, aber wir haben es noch nicht gemacht. Irgendwo unter der Brücke am Wasser ist wohl irgendwo ein Typ. Da ist ein Typ, ähm... Ähm... Am Anfang dieser Erinnerung... Ach, ähm... Dann der zweite Level sozusagen, ja? Zweites... So. Jetzt räum ich hier mal auf. Hihihi! Ja, ja, ja. Es ist so verlockend, jedes Mal diesen Blutnebel zu machen. Ja, aber ich zieh den natürlich drauf. Mach ruhig! Ich hab so viele geschaut. Ja, aber vielleicht... Ja, was sieht geil aus! Braucht ihr ja noch für was anderes. Manchmal muss man auch was für die Optics machen. Den Schal, den er da trägt, den trägt er doch auch nicht, weil ihm kalt ist. Sondern den trägt er, weil's cool aussieht. Das wäre ja jetzt nämlich ein Hipster, äh... Shinobi. Deswegen, der trinkt auch keine Sake, sondern Marte. Glubsake. Glubsake trinkt... Da war aber schon noch eben was, hast du gesehen? Leuchteritis. Naja, ich will jetzt erstmal... Warte mal, war das... Ja, okay, ich dachte, da war noch einer gewesen. Hätte ihnen nur jemand mal das Umdrehen beigebracht. Das kam erst morgen dran. Die stehen halt auch alle so wirklich perfekt, dass ich sie in der Reihe nach mir angucken kann. Schon gut gemacht. Das... Nicht ganz prima. Achtung, links! Was? Oh, vielen Dank. Sehr gut aufgepasst. Ja, er sah aber auch aus wie... wie seine Umgebung. Die sind ja wirklich gut. Was haben die da am... Ach, das sind Federn oder kaputte Vögel oder so, die die da am Gürtel spazieren tragen. Ich würd gern mehr lesen über die Mönche und über deren Motivation. Ich find das ja schon interessant. Das Gefühl, dass das da noch nicht genau erklärt wurde. Außer kurz von unserem Jungen. Ja. Ja. Stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen... Du hast jetzt von einer Seite gehört, die sind nicht böse, aber böse geworden und so. Jetzt würd ich gern ihre Seite auch mal hören. Ihre Perspektive der Geschichte hören. Absolut. Ich vertrau auch, äh, in nicht so einseitigen Erzählungen. In From Software spielen darfst du eigentlich nie jemandem vertrauen. Wenn man mal ehrlich ist. Das hat man gelernt. Okay. Ach, ist ja auch ein Mädchen, ne? Ja, ich glaub, ist ein Mädchen. Unser, unser Drachenjunges? Nee. Drachenjunges? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist nicht das Drachenkind nur? Ja, mach die alle. Ja, das reicht's. Aber es gibt ja auch zwei Kinder, das sollte man vielleicht sagen. Alter. Eines auf unserer Seite, eines auf der Gegenseite. Die hab ich einfach mal vollkommen unterschätzt. So. Meine Freunde. Also, glaubst du, das heilige Kind ist auf der Gegenseite sozusagen? Oder ist das nochmal ein anderes Mysterium? Gibt ja das Drachenblutkind und das heilige Kind. Aber du bist auch gerade beschäftigt. Entschuldigung, wollte ich jetzt noch nicht. Ja, ich hab nur so einen kleinen Kampf hier gerade. Nein, nein, aber du machst das so filigran, dass ich dachte, du kannst nebenbei vielleicht noch ein Ei braten und vielleicht mir auch was aus dem Keller holen. Klar. Wie du das machst, Nils. Uh. Die sind aber auch echt hinterhältig. Jawohl. Bin so gespannt, was noch kommt. Und ich hab auf Twitter dann und wann seh ich immer wieder mal in meiner Timeline, Leute, das könnt ihr auch mal, wenn ihr auf nach Hashtag Sikero Die Twice, äh, hier Shadows Die Twice mal, ähm, sortiert. Dann seht ihr immer wieder zwischen den ganzen euphorischen Reviews und Leuten, die's geil finden oder grad durchhaben, siehst du immer wieder Leute, die sagen, ne, das ist jetzt aber genug. Hier hab ich jetzt aufgehört. Die spinnt doch alle. Von wegen, wo soll das fair sein? Also ein, 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 ein Feeling, was ich zu 100 Prozent nachvollziehen kann, dass man das manchmal fühlt. Ähm, aber die hören dann immer auf an so Stellen. Und es ist total, ähm, interessant, das mal zu lesen, was dann Leute so, wo sie aufhören. Und es scheint so Sachen zu geben noch, wo Leute sagen, das soll fair sein, das soll mir mal einer zeigen. Und da bin ich gespannt, ob wir jemals an solche Momente kommen oder ob wir einfach zu gut sind. Ich glaub, wir sind zu gut. Ich mein das ernst. Ich mein das wirklich auch ernst, dass wir nicht mehr strugglen werden. Nee, Alter, wir sind einfach die Geilsten. Also wir, wir kriegen ja auf die Fresse ab und zu, aber wir sind dann auch nicht, weil wir nicht auf 100 Prozent laufen. Ja, eben. Und wir wissen, wir können übertakten auf mindestens 160, 180 Prozent. Eben, der Motor ist halt überhaupt noch nicht angetastet. Im Übertaktungsbereich noch nicht einmal gelaufen. Nein. Wir sind so ein Formel-1-Renner, der gerade so mit 20 kmh vom einen Lager zum anderen gefahren ist. Ja, in der Boxengasse. Wir sind in der Boxengasse unterwegs. Ja, da hinten ist der Krümelmonster. Geil, du machst den. Ich freu mich, wenn er sich nicht umdreht. Und wenn doch, dann hau ich ihn halt einfach so tot. Liebe Sony, ich fänd's echt geil, weil euer Controller hat ja Mikrofon im Controller, wenn ich das richtig seh. Wenn ihr es wirklich einfach anwählbar machen könntet für alle Spiele, dass man leise sein muss, damit die Gegner einen nicht hören. Ich fänd das so ein geiles Feature, hier zumindest. Ja. Dann haben wir andere Leute da unten. Ja, und wenn man dann so meckert. Ja, auch wenn du dann schon so vorfreudig vor dich reingiggelst, weil du den gleich köpfen kannst von hinten. Und er hört dich dann. Tja, bist halt auch kein Shinobi dann. Das macht der ja auch nicht. Nee, Shinobi ist still. Das ist wirklich Regel Nummer 1. Nicht giggeln, vor dem Killen, nicht lachen. Oder sabbern oder irgendwas. Oh, da sitzt einer. Ach, die sind böse. Okay. Die kannst halt echt von links einfach einmal weghacken. Ah, doch nicht. Sehr gut. Oh, Schlanguin. Oh, ja, 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 ja. Hier so ein, der Typ ist irgendwie, Alter, das ist keine Schlange, sondern hier so eins von diesen Caterpillar-artigen. Alter, das ist ja. Widerlich. Alter, der hat ja so einen riesigen Ordnkneifer um sich rum als sein Buddy. Oder ist das er? Oh Gott. Die sind verwachsen mit dem Boden und den Tieren, die da aufmümmeln. Jetzt kommen wir aber langsam auf der Ekel-Skala so mittleres Bloodborne auch. Alter, Hilfe. Ja, aber du hast ja noch einen. Okay. Vielleicht noch einen Kürbis, genau. Kannst du ihn blocken? Kannst alles blocken. Außer die. Jetzt kannst du nicht blocken. Was ist das? Widerliches Drecksvieh. Ja, genau. Aber da ist die Energie auch gleich weg. Von ihm. Ah, toll. Guck dir das an, ey. Wo ist das rausgewachsen? Das will ich wissen. Aus welchem Körperteil? Welche Eröffnung? Um echt zu sein. Ich meine, das ist nicht anrüchig, aber es geht Richtung Leiste. Und das ist wie... Ah! Ah! Das gibt's doch nicht. Okay, ist der jetzt auch so ein Typ, der immer wieder kommt? Dann hol ich mal schnell den Geldbeutel hier. Fettwachsklumpen. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Das ist so wirklich Bloodborne. Die haben durch ihre Meditation haben die es geschafft, irgendwie unsterblich zu werden auf eine ekelhafte Art und Weise, die ihnen nichts mehr bringt. Ey, was war das für ein Geräusch? Oh, quasi an die Wand und dann... Ja. Nee, schade. Schade, ne? Wäre perfekt gewesen. Aber da leuchtet auch irgendwas dahinter. Nochmal? Vielleicht nochmal? Ja, da ist irgendwas dahinter, oder? Was ist jetzt? Ja, Junge. Jetzt wollen wir mal hier... Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, ne? Hast du da auch noch das dran? Nee, wir halten es mal nicht probiert, ne? Ja. So. Dann wollen wir mal jetzt hier fünf gerade sein lassen. Ich lass dich da in Ruhe. Dein Schlang-Ruiden-Tanz. Tausendfüßler sind übrigens... Das sind echte Motherfucker, ne? Tausendfüßler. Jetzt hab ich's, warum der Tausendfüßler war. Weil Tausendfüßler haben ja Tausendfüße. Das heißt, 2000 Hände. Und damit kannst du beten. Also, ein Tausendfüßler-Mönch kann 2000 Mal so hart beten. Gleichzeitig wie ein Mönch. Verstehst du? Ja, das macht total Sinn. Now that you say it. Erstmal ein Kügelchen jetzt in der Kampfpause. Spreue ich mir eine Flasche. Wer weiß, wie weit ich hier noch gehen muss. Ja. Aber die sind halt auch echt Drecksbastarde unter den Insekten. Das sind ganz schöne, wirklich Alpha-Insekten, diese komischen Typen. War ich da auf dem Dach weicher, ne? Ich hab hier irgendwas übersehen. Aber, ich finde, es sind keine Poser. Weil wenn es Poser werden, würden sie sich 2000 Händler nennen. Nee, das passt nicht. Weil sie mehr haben nachher gerade. Dummelein. Aber man kann so grob wie so ein Kind. Ich hab ein Bild gemalt. Papa, ich, Sonne. Wir verstehen, was du sagen willst. Du willst in die Sonne mit Papa. Ja, tut mir leid. Aber wir sind hier ja auch wie so eine Werkstatt. Wir sind hier so eine Gag-Werkstatt. Oder auch eine Wortspiel-Werkstatt. Da kommt manchmal einer mit so einem Klotz. Sag, kannst du das benutzen? Dann bohrst du da rum und merkst, nee. Ja, aber ich fand die Metapher ganz schön. Weil mein Sohn malt auch immer irgendeinen Scheiß und erzählt mir dann, was das angeblich sein soll. Ich frag mich immer, ob ihr eure Kinder, sag ich mal, ich sag jetzt nicht verarscht, weil das macht man ja eh nicht. Aber ob man da auch mal einen Witz macht mit denen und den sie halt offensichtlich nicht raffen können, noch gar nicht. Ja. Wenn sie irgendwas Lustiges machen oder ob man dann versucht, ernst zu bleiben. Man will ja seine Kinder auch nicht auslachen, ne? Doch. Will man? Nein, man will vielleicht, aber man sollte vielleicht nicht. Ja, ich erzähl dem natürlich schon manchmal Quatsch. Ganz klar. Anders könnte ich das gar nicht. Irgendwas sieht. Ja, oben ist auch noch und unten ist noch. Aber ich seh's ja auch, ne? Von daher. Hier. Oh, einmal die längs durch. Überall diese Giftleguane. Das ist wieder irgendein komischer Raum. Da muss ich auch mal ein bisschen die Zeit nehmen, um sich umzugucken. Ja, wir sind, im Moment sind wir sehr schnell unterwegs. Ich werde noch einmal kurz zurück. Oben war nämlich noch was. Ich glaube, das war ein Wolf oder was, ne? Hier haben wir überhaupt diese... Ja, guck mal, siehst du da. Was ist das da rechts eigentlich? Guck mal. Ah, noch so ein Ego. Oh, dieser Stein. Guck dir den mal nochmal an. Oder ist das Standard? Standard-Kram. Echt? Den hier? Ja, das ist ja diese... Ja, es ist nichts, aber... Ja, ich dachte vielleicht... Optik, ja. Kennst du ja, manchmal. Ja. Okay. Da geh ich dann gleich rein. Man scheint nicht auf dieses Dach raufzukommen. Von hier werde ich nicht darüber springen können. Von da oben könnte ich mich droppen. Vielleicht, wenn ich nochmal hochgehe und mich dann auf das Haus droppe. Drop it like it's hurt. Was ist hier? Nee. Warte mal. Ja, 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 warte mal. Nein, wir jetzt nicht... Nö. War da erleuchtet er uns? Nee, nee. Nee, nee, das ist nur das Durchscheinende. Warte mal. Da kann ich mich gleich mal Stinks droppen lassen. Hier waren die Wölfe. Hier hätte ich nämlich auch noch... Guck mal, da geht's auch nochmal hoch. Da geht's hoch. Da ist noch ein Item oder so. Und dahinten dachte ich vielleicht ja auch, aber da... Da brauchst du jetzt nicht weiter. Von der anderen Seite, ne? Da scheint mir jetzt kein Angelpunkt zu sein. Ah, da unten ist was. Ja, da... Nee, da ist nur der Baum. Okay, pass auf, dann geh ich erstmal hier oben nochmal lang. Da liegt ja auch, glaube ich, noch Geld. Kann ich einsammeln, das ist irgendein Item. Ist hier eine Höhle? Oh. Oh! Oh, Alter, wo war's? Ja, der. Lalalala. Ey, wie ich das blocke und der... Ey, ich schwör dir, ich hab das geblockt. Das hat mich nicht interessiert. Weil ich wahrscheinlich wieder davor die Aktion gemacht hatte. Das nervt mich regelrecht hart gerade. Ich kann nix sagen, aber ich mein, die sind halt auch nervig. Wenn sie mal treffen, dann treffen sie richtig. Ja, aber ich hab auf jeden Fall auf Blocken gedrückt. Ich glaub dir das. Ähm, ich... Du weißt doch, wie es ist. Ah, Nerv. Aber war doch gut. Also nicht gut, aber ist doch gut. Nicht schlimm. Ich bin hart genervt. Ich, äh, frag mich auch immer noch, ob man irgendwann auch noch tauchen kann. Weil man ja bisher wirklich nur oben auf der Oberfläche schwimmt. Das wär natürlich geil, wenn plötzlich die ganzen Wasserebenen noch, noch quasi... Alter, sind wir die denn tiefer? War ich ja eigentlich immer... Sind wir langgelaufen hier nochmal, Simon? Warst du nicht richtig weit? Genau. Moment, ist das nicht das Ding? Ja, das ist exakt das. Das ist ja exakt das, oder? Wo du eben warst. Ja, ja. Aber ich wollte ja noch nach oben gehen. Das mach ich gleich. Und waren wir da schon? Da unten? Könnte sie... Ja? Das ist die kaputte Brücke. Nee, doch, das ist die kaputte... Genau. Das ist direkt der Anfang, wo wir links runter sind, wo die Typen mit den Doppel-icheln sind. Aber da oben, da steht jemand, ne? Vorsicht. Alter, da kannst du rein. Okay, das ist gut. Da geht's weiter. Oh! Das ist doch wieder Endgegner-Zeit. Wolverine steht da. Das ist wirklich fucking Wolverine! Der hat sein Besteck dabei. Ich glaube, er hat sogar die Beine, da hat er auch so Krallen dran. Am besten Geronimo-mäßig von oben direkt killen. Gar nicht erst aufhalten mit. Ja, ja, da kann ich einen Punkt abmachen und dann hat er aber noch einen. Der hat vor allem so Schergen-Lakaien. Aber das ist ja lustig. Aber ey, Boat Shelds, da oben ist das Ding. Ähm, scheiß mal auf die Droger. Ey, du hast sechs. Äh, genau, die Dinger sind wichtig. Das Feuerwerk für Tiere. Ah! Oh. Ah! Kill erst hier unten. Ja, ja, nee, erst mal die hier oben, ehrlich gesagt. Ja, jetzt sehen sie sich alle. Ach, komm, guck mal. Äh, ja. Ähm, ähm. Oh. Schnell dieses Feuer-Dings. Alles gut. Ja, lösch, Bruder. Ja, aber der hat mich jetzt doch entdeckt. Ich dachte, ich kann die schleichend. Okay, du hast recht gehabt. Das ist ja wirklich auch ein richtiger Endgegner. Ja, ich muss ja aber wieder raus. So geht das ja gar nicht klar. Aber wenn du den jetzt erstmal killst, ist der Feuertyp schon mal weg. Ne, der hat... Traf noch nicht ganz, wer von denen das Feuer jetzt eigentlich hat. Ah, kriegst auch gut Saft zurück, wenn du die killst. Ach, Scherrat. Noch wer da oben? Ja. Cool, der Typ lässt dich einfach in Frieden. Da ist noch einer. Kleiner. Ich muss erstmal auf den Großen eben einen abnehmen. Ja. Und das geht. Da war der eine. Vielleicht kannst du ja wirklich ihn auch noch ein zweites Mal dann auf die Art killen. Der sieht mir nicht so smart aus. Langarm, tausendfüßler, Sen-Un. Oh, ich bin nicht. Aber weiter muss ich springen. Alter. Sehr gut, sehr gut. Ja, du hast ihn fast. Alter. Du hattest ihn wirklich schon fast, weil du hast echt... Alter. Du musst nur im richtigen Moment deflekten. Du machst das eigentlich schon richtig. Der kriegt... Ja. Aber der kriegt richtig viel dazu. Jedes Mal, wenn du deflektest. Ich wette, du kannst den jetzt in, weiß ich nicht, sieben Minuten, du hast den. Ja, aber wir wechseln ja immer ab nach dem Boss. Wir merken uns einfach die sieben Minuten. Aber den haben wir in der Folge halt gemacht. Aber wenn du nicht möchtest, spiel ich weiter. Ey, du kannst gerne nochmal machen. Ich hab das Gefühl, du bist jetzt gerade drin. Ich würde gerne sehen, wie du den legst. Weil ich glaube, du kannst den gut. Wo mache ich das? Dann lege ich die Sau jetzt. Will ich auch nicht drum verlegen, du. Ähm. Und ich habe den Weg vergessen. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo da, hoch dann irgendwie. Aber einfach an denen vorbei. Irgendwie alles nicht. Ihr interessiert mich nicht. Leute, ihr seid überhaupt nicht meine... Wirklich. Kragen beide. ...Ziel jetzt hier gerade auch nicht. Ich habe euch alle schon einmal. Ich muss euch gar nichts mehr beweisen. Geh mal von hinten. Kann ich von hinten auch rein? Ich komme von der anderen Seite rein. Äh, ne, noch ein tiefer. Falsche Hütte oder ein tiefer? Ein tiefer noch. Aber er guckt nämlich... Äh, ja doch. Er guckt. Kann ich auch von hier rein? Ja. Achim. Ich kenne mich. Genau, erstmal abhauen wieder, nur wohin? Immer springen bei dem Kenji. Geil. Ja, ja. Hast ihn. Ja! So was von leicht, mein Geld ist bei dir immer besser. Und Gebirgsfälle. Aber eine fehlt noch, glaub ich. So, jetzt die kleinen Basallen, die müssen auch sterben. Da kannst du noch so viel Feuer speien. Du Schwein. Okay. Cool. Das war richtig schön. Ich hätt zwar auch gerne mal gegen ihn gekämpft, aber ich glaub, es war wirklich viel, einfach nur gutes Blocken. Ja, das war wirklich einfach gutes Blocken grade. Aber so ist es sehr befriedigend, find ich. Wenn du perfekt blockst und dadurch dem Gegner am Ende mehr Haltung schadet als dir selbst, dann fühlt man sich irgendwie sehr wohl damit. Geil, wir können jetzt nämlich auch diese Upgrade gleich machen. Mhm. Gelbes und Schwarzes bekommen. Geil. Ob wir genug Kohle haben. Aber auf jeden Fall haben wir genug Material, um diesen Kohlenfeuer Blöde zu machen. Okay, ist hier noch irgendwas drin? Es scheint mir, es scheint mir gewesen zu sein. Kannst du den Typen nochmal angucken? Ich will den einmal nochmal sehen, den großen. Der hat es, aber ich will wissen, was da aus ihm raus wächst. Ah, er ist weg, hat sich aufgelöst. Ja gut, aber die, na gut, egal. Aber die anderen sind ja auch so, sind das, ach, das sind so Metall. Ist ja interessant. Ja. Das hab ich ja noch nie gesehen. Ist eigentlich eine gute Idee, oder? Sein Körper so zu nah. Aber da bleibst du ja auch überall hängen. Kannst du ja durch keine Tür gehen. Ähm, aber gut. Du bleibst ja wirklich, wenn ich irgendwie... Vor allem diese Papierwände hier. Sobald ich einen Rucksack hab, oder irgendwas, was nur vermindert eine Schlaufe. Also nur wirklich rudimentär eine Schlaufe darstellt. Ich bleib überall hängen. An jeder Türklinke am, ähm, hier vom Auto an der Handbremse. In jedem Scheiß. Ich bleib auch gerne mit Taschen irgendwo hängen. Einfach normale Taschen. Ja. Denk mir immer, wenn ich jetzt Ninja wär und ich würde das extra machen wollen, würde ich nicht geschissen kriegen. Aber die Rüstung, so eine ist gut, wenn du einfach viel Bus fährst. Viel in einem vollgestellten Bus fährst, ist das perfekt. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Ähm... Wahrscheinlich wieder übers Dach. Oder ist hier nicht noch eine Tür? Ich meine, eigentlich sollte eine Tür sein, ne? Hier vorne. Habe ich nicht eine Öffnung gesehen? Ach, hier hinter? Ja. Jetzt dahinter. Oder ist noch einer? Da ist noch Bock. Und euer Geld ist meins. Ah, wir brauchen auch, bevor wir überhaupt kaufen können, noch 600. Das sollten wir nicht vergessen. Okay, wir haben auf jeden Fall noch ein, zwei Pouches oder wie die Dinge heißen. Ich hab nur ein, ja. Also ich würde mal so ab 500 sammeln noch ein bisschen und ab 500 gehen wir zurück. Wäre mein Vorstand. Okay. Und wir haben immer noch eine Köpessamen-Kern, den wir kaufen können, aber der kostet 2000 Euro. Der ist ein bisschen teuer. Oh, da sind die ganzen... Oh, Hunde. Oh, Alter. Die, die führen noch einen, äh... Die machen so ein Anting da unten. Ein Anting, ja. Ja, weißt du was? Okay, und dann, äh, töten wir Willi und ich werde der neue Anführer. Ne, 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 wir töten Willi und ich werde der neue Anführer. Was? Ja, ne, was? Na gut, lassen wir die Willis mal... Echt? Na gut. Ich hab da ne, ne Bombe reingebaut. Ja, ich hab auch kurz überlegt, aber wir haben ja noch andere Ziele hier. Da ist ja noch dieser Drecksogre. Guck mal, das Feuer. Das könnte interessant werden. Ne, das ist nur erstmal der Mönch. Okay. Mönchens Find. Hm. Vorum Mönchshausen. Boah. Ah, jetzt weiß ich, wie der in Valhalla heißt. Mönchengladbach. Hahaha. Ja. Das ist auch echt gemein, mit blanker Faust zu nem Kampf dieser Art zu kommen. So, und da kommt nämlich gleich, da oben, ist dieser dumme Oga. War der nicht irgendwie hinter diesem Stein? Ja, hinter war der doch, oder? Ja. Ja. Alter, geil. Gleichi. Meckleisefuß. Alter, okay, hab ich den gehauen. Und! Zack, da kommt der Zweite und der Dritte gleich hinterher. Gut. Hahaha. Äh. 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 Du musst ja wirklich nur in den einen Schlag blocken. Oder die Flecken besser. Ah. Ah, ich seh ... Der hat jetzt auch ein Schild! Hier wechsel ich noch mal ... Nach links? Also, mit dem Stick einfach, oder? Was meinst du? Ja. Meinst du anvisieren? Ja. Alter. Hallo? Ach, Axt, genau. Ah, das wollte ich alles nicht! Verdrückt! Wie mach ich noch mal ... Äh, R2? Vielleicht R2 mal gedrückt halten für einen stärkeren Schlag oder so. Uh! Der hätte einfach eine Tür irgendwo genommen. Echt? Okay, so. Alter! Irgendwer beschießt mich halt noch. Ja, der von oben. Aber das ist auch gut getimt, die beiden. Die ergänzen sich ganz cool. Die sind Buddy. Boah. Das ist eine Buddy-Komödie, die beiden. Nee, du brauchst die Axt. Was hast du, Karl? Tschüss. Ah! Jetzt hol ich mir da hinten ... Maggi-Schrott! Ja, jetzt hol ich mir den anderen Typ da oben. Mieses Schwein. Wunderschön. Oh, da kommen ganz viele. Ja, das sind die Hunde. Ach, das sind die Hunde. Die haben sich jetzt entschlossen ... viel zu spät. ... loszuschlagen, aber jetzt wissen sie nicht mehr, wo Ulf ist, der Anführer der Wölfe. Sind zu lange geredet. Ich hab sie in meinem Kopf die ganze Zeit eben noch reden gehört. Ja, wuff, wuff. So. Die anderen sind abgehauen, das hat ihnen das Leben gerettet. Dann lass ich sie jetzt mal. Ähm ... So. So. Lalalala. So. Gleiches Werbung. Dann bist du wieder dran. Glaub ich, oder? Ja. Dann lass mich noch einmal kurz ... Wer sonst? Wer könnte sonst dran sein? Äh, ja. Mach das. Am liebsten würd ich dir nämlich an einen Buddha übergeben. Das schon sagst du. Am liebsten würd ich gar nicht abgeben. Okay. Da kommt ein Typ, ich bin nicht mehr dran, leider. Da kommt ein Typ, das wird lustig. Der ist doch sicher easy. Dann versteck dich doch wenigstens für mich im ... Na gut. Wir machen ein bisschen Werbung. Ich übergebe dir das Pad, das war lustig. Ähm ... Es geht direkt so weiter. Ja, es geht direkt so weiter. Ein bisschen Werbung und dann räumen wir hier weiter auf. Äh, Japan ist nicht mehr sicher. Willkommen zurück. Simon schleicht dieser Erscheinung hinterher, die gerade auf der Treppe auf uns wartete. Und es sieht mir aus wie ein ... kurzer kleiner Schwertieb. Äh, hinüber. Ja. Wie oft der schon Blut in sein Gesicht bekommen hat. Der muss doch alle möglichen Krankheiten haben. Ja, aber er hat ja auch Drachenblut. Also, er wird nicht so einfach wie andere. Er verteilt die Krankheiten. Ja, er ist das. Nicht darunter, da waren wir schon. Äh, jaja, aber man will doch auch mal gucken. Da sind die. Siehst du die kleinen Ratten da? Ja, das sind diese, äh, die Typen da, genau. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon so viel mehr Ratten gekillt, dass wir irgendwann auch mal wieder zu diesen anderen Typen da können. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht auch ... Also, falsch verstanden, aber ich hab ... Das kann sein, ja. Scheinbar ... Ich glaub, wir kriegen gar nichts mehr von denen. Kriegen wir da nichts mehr von denen, ne? Das war für dieses ... Scheiße, jetzt haben die nichts mehr. Ganz schäbiges Abosystem. Oh, Vorsicht! Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab! Hast du das gesehen? Ja, klar. Deswegen hab ich ja Abhaben geschrieben. Ja, aber warum ... Wie geil! Guck mal! Ja! Die folgen mir! Ja! Das sind Homing-Bomben. Ja, genau. Karate-Mönch. Die tun mir fast ein bisschen leid, so, weil ihr ganzes Leben haben sie Karate gelernt und dann kommt einer mit dem Schwert und denkt, oh ... Da konnte keiner mit rechnen. Da muss die Erfindung des Eisens ausgerechnet jetzt passieren. Ja. Wo wir grad so gut sind im Karate. Da lernst du 20 Jahre und dann ist es nutzlos. Ja. So ging's ja auch den Samurai, als die Feuerwaffen erfunden wurden. Das ist ein ständiges ... Ja, da und da der Brücke. Brückenschatz. Es gibt immer einen größeren Fisch. Oh. Jetzt werde ich mal das Konfekt ... Nee, nicht das Konfekt benutzen, aber ich werde die Balance benutzen. Wie macht die denn? Naja, die bringen uns mehr Sachen zum Beispiel, mehr Geld. Ah. Oh, schau mal, wie viel, wir haben so viel. Leichte, sieben. Ja, siehst du, da können wir easy unser Upgrade gleich kaufen. Und einen schweren sogar. Können sogar mehr kaufen, ne? Mache ich mal kurz hier Reichtum. Hm. Aber da musst du jetzt auch Leute killen, ne? Da musst du jetzt auch farmen. Das hatte ich jetzt natürlich ... Am besten sind so Dinger natürlich, wenn man einen wichtigen ... Wenn man einen Farmspot hat und bevor man den durchläuft, zündet man die einmal. Da hast du recht. Und dann kriegt man richtig viel ... Ah, der sieht aber schon wieder jetzt wie ein Gegner aus. Ja, das ist einer von denen, wo man nicht weiß, wohin vorne ist. Zwei sogar von denen. Die stehen Rücken an Rücken. Ja, der stehen Rücken an Rücken. Die mit Feuerwerk oder was. Leider kann man die nicht überraschen. Geil, siehst du ... Oh nein, fast geklappt mit dem roten Punkt. Ja. Der mit dem roten Punkt. Hey, scheiße. Oh, da flog noch eins, ein Ninja. Also noch mehr. Ja, ich will eigentlich gern mal ... Scheiße. Die sind ja ... Das ist viel. Ich weiß, ich hatte gesagt, ich will kämpfen, aber ich wusste ja nicht, dass das die nächsten Gegner sind. Ja. Woher auch? Mhm. Okay, jetzt war der dümmste Ballon, den ich hier eigentlich ... Ja. Aber es bringt trotzdem was, siehst du? Ja, aber wir sollten ... Ja, das stimmt. Aber ich glaub, grundsätzlich sind die echt so für ... Ja, aber wenn wir irgendwann mal Kohlebaum machen, wir einen Farming Run, dann nehmen wir die. Und zum Beispiel da, wo ... Ja, aber sieh, ich mach doch grade. Weißt du noch, wo ... Ähm ... Natürlich weißt du das, weil wir da tausendmal waren. Ähm ... Dieser lange Gang ... Ja, mach erst mal fertig. Ah, ich bin gleich tot. Scheiße. Nee, alles gut. Du lebst. Dein Leben ist gut. Hinter dir ist noch einer. Ich will mal vorher noch schnell ... So langsam brauchen wir auch diese Sachen hier. Ja. Das stimmt jetzt, wenn die ... Ist nicht noch einer dahinter dir? Ah. Richtig. Ich hab ihn gesehen. Ich dachte nur, der ist quasi hier in dem Raum und ich kann dann einfach weitergehen. Okay, gut, dass ich immer noch ... Löschpulver ... ... aktiv bin. Ja. Was? Ja, die Dunkelheit. Okay. Ah ... Das ist so ein Sprung des Glaubens. Ja, echt, ja. Lieber Faith. Okay, komm. Ja, siehste, geht immer gut. Und wenn ihr irgendwo was seht, wo's dunkel ist, einfach runterspringen. Geil. Ja, schnell noch mal ihr Leben regenerieren, mein Freund. Gut. Ja. Wir hatten jetzt auch schon einige Ecken, wo wir lang ... Ey, wir haben schon so viel übersehen. Ach, guck mal, da warst du eben schon. Oh. Okay. Aber das ging runter, wenn du runterspringst, war noch eine Richtung, die du noch nicht erforscht hattest. Ja. In diese Richtung, glaub ich, oder? Ja, da war dann ... Oder war dann hier nicht. Da war der Typ, also andere Richtung. Immer an der Wand lang. Oh, geil. Bedrohlich. Ja. Ja. Ja, man kann ja auch ein bisschen kämpfen. Ey, so Höhlentaucher und so, ne? Oder so generell Leute, die Höhlen erforschen. Ja, furchtbar. Und sich dann immer durchquetschen durch so Sachen, die eigentlich ... Das ... Ey, das könnte ich so was gar nicht. Es gibt so ein Subreddit, wo so mysteriöse Verschwinden von Menschen quasi einfach thematisiert werden. Und man versucht das so ein bisschen so, nicht aufzuklären, aber zu sammeln, was es so an Infos gibt. Und da gibt's auch einen Taucher, der in so einer Höhle verschwunden ist, was total irre ist, weil du halt in diesen Höhlen halt eigentlich nicht verschwinden kannst, ne? Weil die sind ja relativ klein und wenn da jemand, ne, also wie willst du ... Und seine Flaschen und alles wurde gefunden und er ist halt irgendwie verschwunden in einer von diesen Höhlen und ... Total interessant. Ah, schnell! Aha. Oh, leer. Äh, Feuer, äh, Feuer-Shit. Du brennst. Ja. Ah, jetzt werden die nämlich, äh, relevant noch, die Dinger. Du musst bei diesen Typen echt schnell nah ran. Das hast du noch erlebt, Mann. Du musst einfach, du darfst nicht auf Distanz bleiben. Wenn die abhauen, die springen immer nach hinten. Du musst sofort hinterher. Du kannst, glaub ich, auch auf die rauf springen, gut. Ähm, aber ... Wenn diese Feuer-Dinger kommen, einfach direkt ran. Lass die nicht sprühen. Siehst du, der haut jetzt ab, gleich der eine? Nee. Hast du den erwischt? Ja, weiter erwischt. Okay, den hast du aus Versehen irgendwie erwischt, ne? Ja, ist doch super. Glücklich getroffen. Äh, ach so, und der Typ ist jetzt weg, ja? Er ist in der Höhle verschwunden. Ah, kann man mit ihm reden? Nee. Krass. Der sieht doch voll wichtig aus. Ja. Sind aber alle ganz schön tot. Daran erkennt man ja auch immer, es war so teuer damals, Dinge zu färben. Mhm. Sehr, sehr selten alle, die Farben hatten. Ja. Waren wichtig. Ja, das stimmt. Äh, okay. War da ganz hoch da oben. Oh, endlich wieder ein bisschen Luft, Licht. Oh, das ist die drei ... Ist das die dreistöckige Pagode? Nein. Die sind vierstöckige. Da muss noch mehr Schätze sein. Ja, mindestens ein Schatz mehr. Okay, da gehen wir gleich hin. Ah, das ist nur so ein Gecko. Auch da schnell hin, bevor der Gift spürt. Ja. 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 Die erinnern mich auch an diese dummen Frösche, weißt du noch? Ja. Das war das Dark Souls, ne? Ja. Es ist alles ein Brei für mich. Oh, das ist bestimmt was Geiles. Eine Kugel, eine Perle oder sowas. Oh, doch. Oh. Noch mehr Fähigkeiten, okay. Meisterten im Streben nach Tugend die Kampfgrenze. Unabdingbar sind die eigenen Fäuste. Okay, das ist das, was wir ... Sie wurden jedoch von einer Besessenheit für die Unsterblichkeit ergriffen, die seine Lehren als auch seinen Stil unkenntlich machten. Ja, das ist von den Mönchen. Aber heißt das jetzt für mich, dass ich diesen waffenlosen Kampf auch kann? Ja, schon mal nicht. Ja, ja. Ein Fertigkeitenbaum muss doch irgendwas sein. Also gleich, wenn wir im Buddha sind, dann kannst du mal gucken. Ja. Ob wir da eine neue sowas haben. Neun war weiter sozusagen. Hm? Nee. Komisch. Ja. Na gut. Aber das ... Oh, geil. So eine geile Stadt. Aber das ist ... Ja, aber da waren wir schon, ne? Das ist hier die Brücke und der Buddha. Ja, ja, da war der Kampf. Aber wie geil das einfach ist. Also überleg mal ... Einfach, du wachst so auf morgens, ey. Ja, du kommst aus dem Haus und guckst das an und siehst das so ... Ja, klar. Die Luft und der Ausblick und alles so. Ah, nackt. Wie Gott die Schuhe fließt. Ja, klar. Hier lässt ihr den Wind schön durch die Schenkel wehen. Ja, oben an dem Berg, da ist eine Orgiengruppe, die da wohnt. Und das Gesetz ist, man muss nackig sein. Man friert dann sehr schnell und ist relativ häufig krank. Ja, man kriegt Krankheiten sofort. Ist immer krank. Aber ... Ja, sehr geil. Oh, nein, 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 nein. Alles gut. Da klopft jemand ... Alarm. Ah, hier war ich ja schon, genau. Links geht's auch rein. Da sind die, kann ich jetzt eventuell ... Wurde mal gucken, ob ich jetzt mir ein oder zwei von denen so holen kann. Die stehen ja immer so. Ah, wenn sie gehen vielleicht ... Aber die sind echt Motherfucker, die stehen so Schulter an Schulter. Die machen das richtig gut. Kannst du von oben vielleicht ... Naja, die gehen nicht so. Die stehen auch unter der ... Ja, das sind schon Elite-Gräser. Also, was war zuerst da? Das Gras oder Mensch? Wer hat sich wem bemächtigt? Den kannst du wahrscheinlich jetzt gleich ... Ja, jetzt. Ah, geil. Ah, sehr schön. Und der andere ... Ist da jetzt ... Das sind auch zwei. Es sind zwei, ne? Okay, ja, ne, mit denen will ich mich nicht anlegen. Da bist du eben reingeflüchtet, oder? Ich wollte jetzt rechts, genau. Ja. Oh, hier ist ja gar nicht so viel. Weiß ich nicht. Da sitzt wieder ... Ach so, sind die tot? Kannst du die anwählen? Nee, die sind nicht tot. Da ist noch einer. Ah, das sind wieder die ... Ja, die mutieren einige von denen mutieren, ne? Die kommen alle zurück. Die haben nämlich dieses ewige Leben gemeistert irgendwie, weißt du? Ja. Deswegen sterben die auch nicht. Die sind ja im Prinzip wie wir. Das ist wie Bloodborne. Bei denen ist das falsch gelaufen, einfach. Da ist ein Schrein, geil. Oh, ja. Alter, guck dir das an. Nee, ist ja alles ekelhaft. Ja. Ja, bei denen ist das falsch gelaufen, genau. Das ist ... Sehr schön. Drei von vier Perlen. Kurz vor ... Okay, ich würde zumindest den ... Das ist gut so viel. Was ist da geiles? Einen Skill noch holen. Oh nein, bitte keinen Endgegner jetzt. Ja, aber doch nicht innerhalb des Buddhas. Ah, das ist so eine Glocke. Kann man die an dem Buddha-Tempel ... Nee. Oder? Schieblos. Lashback vielleicht. Oder Level. Oder Megaboss. Weil ja insofern cool, weil es direkt neben der Buddha-Statue ist. Oh, warte mal. Was passiert? Er ist gemorpht. Ist das jetzt eine andere Zeit? Weil das ist wie mit dem anderen, mit diesem Glöckchen von der Omi, die wir bekommen haben. Oh, das ist diese Affenwelt. Kannst du dich erinnern, dass alle immer sagen, huhuhu, irgendwann kommen sie zu den Affen. Was war da? Oh, da ist schon ... Oh, geil. Ein weiser Affe. Ein Doktor-Affe. Ein Doktor-Affe. Ein Doktor-Affe. Dann tue ich den Klang der Glocke nicht entkommen. Ah! Der eine Affe da ist aus diesem Ding entkommen. Wandschirmaffen. Okay. Der macht übrigens den ganzen Alarm, ne? Ist das jetzt ein Endgegner-Kampf oder ist das ein Level? Ich will mir grad wissen ... Also, lohnt es sich hier sneaky vorzugehen? Und warum ist da oben so ein Energiebalken für wen? Für den Wandschirmaffen. Für den einen nur. Ja. Oh. Aber der hat ja nicht mal einen Punkt. Der hat bestimmt eine Phase oder so. Sterb ich da? Ich probier's. Da hängt was. Da ist irgendwas, ja. Ah! Glocke? Da kann man auch die Glocke nicht hören. Wenn man die da drin benutzt, dann ... Ja? Ist das aber eigentlich ja doof, weil das ist ja gut für uns, wenn der Affe die hört, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ... Ich weiß ja nicht, wie man die benutzt, aber ... Wir werden sie mal ausprobieren, oder? Ja. Äh, Moment. Wir hatten's umgestellt auf ... Nein. So müsste es gehen. Doch, was hatten wir es umgestellt? Aha! Das ging ja auch jedes Mal so. Ach, shit! Nee, ich dachte, wir kommen zurück jetzt dadurch. Ja, gut. Kann ich das eigentlich zerhauen? Komm, weißt du was? Stell dich doch dem Affen. Ich stell mich dem Affen. Alle sagen, er ist mega schwer. Ich sag, first try. Okay. First try. Why not, ne? Alter, ist das krass. Das ist ja wie so ein riesiges Parkhaus. Alter, das sehe ich ja auch jetzt. Das ist ja verrückt. Ah! Weißt du das? Wie kennen die dann hüpfen? Oder war das eine Illusion? Ich weiß gar nicht. So Dämpfe gerade. Eine Riesenglocke. Ah, die können bestimmt läuten. Das ist bestimmt was ... was Gutes. Da ist ein Knopf. Hör dir das. Die Affen. Die sind hier überall, ne? Aber die kommen nicht wirklich. Die greifen mich nicht an, sondern die beobachten mich die ganze Zeit nur. Wie es halt Affen machen, ey. Aber was ist das für eine geile, beeindruckende Anlage? Wer hat die gebaut? So ist mal an. Das ist ja Wahnsinn. Das muss ein Traum oder so was sein, ne? Oder irgendeine ... Irgendeine Affenwelt. Hey, was? Ich dachte, dass ich da ... Nee, ich weiß nicht, dass ich da nicht runterschwingen konnte, aber das war so einladend zum Weiterschwingen. Was ist das da? Rede mal mit dem Gerät, was da steht. Das da, der Herr da. Mit dem kann man reden. Vielleicht hat er irgendeine Information, die gar nicht so unwichtig ist. Der sieht auch ein bisschen brückig aus irgendwie. Gröslich. Nicht nur einen, sondern gleich drei. Ja. 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 Die müssen wir, okay, es gibt einen Raum für jeden, wahrscheinlich, ne? Ich glaube auch. Ja, also da, wo der Wasserfall ist, müssen wir den grünen legen. Und. Ja, irgendwie, also der im Violetten kann sehr gut sehen, der im Orangenen macht Lärm. Ja. Kann gut sehen, macht Lärm. Und was wollen wir ihm nochmal hören? Ja, also Theorie der Grüne in dem Wasserfallraum. Ah, siehste, ne, warte. Oh. Ja. werden dabei erst mal gucken wir wir sehen ja ab und zu mal ihre pfeile gucken wo die überhaupt sind sag du bescheid wenn du was siehst ich werde währenddessen einfach mal umschwingen ja da unten ja da unter uns der grüne grüne kann ich doch von hinten kriegen wollen aber der hat sehr gute ohren ja ja aber ich bin ja auch dafür viel leiser als man jetzt mal gucken wie kann ich denn hinter ihm kommen wenn ich jetzt hier runter spring doch da oben das gelbes gewesen ok hier kann man von anfang an so stoff fetzen bei affenspuren also hier ist auf jeden fall ja ich jetzt einfach dem affenspuren mal hinterher weg mann ich will aber ja wir kommen da offensichtlich aber auch gar nicht also wir können nur auf die andere seite des tempels aber keine ebene höher vielleicht kommst du von da ja und dann hoch eine ja da ist er warte mal in welche richtung guckt er er guckt dann in den raum rein zur tür rein ja das ist ja wirklich viel auf die jagd gehen ich will mich einfach da darauf leuchtet und dann runter fallen ja jetzt hätte ich gesehen schrecken oder ab oder ja rüber ne ist der scheiße schnell aber siehst du man sich woher lang wenn er nach oben lang ok er ist aber immer noch da da jetzt die glocke ja du scheißkerl mit deiner glocke da vorne haben am reviert das war der orange noch einen haben wir den alarm schlager geradeaus ist ja was ist das ist eine illusion ist das eine echte affe ja das ist eine von uns das ist eine illusion gewesen der uns vergiftet charlatan jetzt kann man gucken okay hier kommt man auch nicht wir kommen also auch nicht über dir muss man eine tasche höher glaube ich meine höhe wahrscheinlich gerade komme ich irgendwie nicht hoch da doch da ist er aber das ist nur ein geisteraffel scheiße es gibt zurück zurück von dem irgendwas ist hinter dir noch das ist auch wieder oben gewesen ja geil nein er ist er ist nice 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 bei seiner fährte einen fehler gemacht nein ja wo sind die spuren jetzt hat er so ein geist hinterlassen das machen die wahrscheinlich immer wenn die irgendwo sind so als schutz dass sie so eine art geist droppen so flares von seinem flugzeug was von einem kampfflieger verfolgt wird unter uns war der unter uns ja ja da ja jetzt und die shit das ist mit ninja stern ausrüsten vielleicht ja das ist eine sehr gute idee im pause menü dann ja da hast du ihn ist er direkt bei mir ja rüste ninja stern aber er ist direkt hinter dir wieder du musst ihn eigentlich anvisieren glaube ich damit du dich automatisch die kamera sich automatisch dreht ja hier von dem fein ja ach so warte wieder zwei springenden feinen ja aui ein falsches ding dann kriegen wir jetzt den lassen wir nicht mehr von der pelle jetzt dreht er wieder um er dreht wieder um mist da ist er direkt schieß ah schade aber nervige viecher apropos nervig zeit ne eine sache aber den will ich noch haben zeit an sich ist ja nicht das problem dass sie endlich ist ja 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 nice jawoll ein affe bleibt noch übrig verdammte scheiße der hat einen halben beiden aber das sind ne warte mal es waren ja vier affen stimmt zwei bleiben übrig aber wahrscheinlich ist der letzte affe so ein motherfucker affe das glaube ich auch ja ah das ist Illusion schade okay noch einer sehr gut dann machen wir jetzt ein bisschen werbung ihr lieben gleich sind wir zurück es warten vermutlich noch zwei affen auf uns ähm vierten und beide jetzt wird es hier richtig affig wir sehen uns gleich das war affisch für herzlich willkommen zurück bei shinobi und die affen kriegen gleich auf den sack die uns hier nerven zwei von vier haben wir erwischt so wir hatten den grünen glaube ich und diesen orangenen oder was ne ich glaube ja wir hatten ja das war richtig grün und ich glaube der andere war orange also wir wissen von einem der kann besonders gut sehen nehme ich an dass der das ist erstmal so ein bisschen jetzt hier so gucken wo am besten erstmal rumlaufen bis einer sieht und man den hör aber auch so die ganzen Geräusche also wir haben den Alarmschlager da ja oder diese Richtung na gut dann ist er ja hier in der Nähe irgendwo also bisher finde ich das sehr sehr geil eigentlich diese suche ich hoffe nur dass es nicht noch einen riesen entgegen der kampf gibt und man dann ruhig hörst du ihn nicht dann ist er mein Typ ist halt quasi der sieht dich schon ganz weit in der Haut ab ist er das? schau mal da sind schon wieder diese in diese Richtung laufen die ist er vielleicht unsichtbar das wirkt so hör ihn doch ja definitiv der ist hier irgendwo ah das gibt es doch nicht was hast du gemacht? kill ihn was war das? ich bin der geilste ich hab seine Fußspuren gesehen und hab einfach mal gedacht okay da die Fußspuren hier aufhören muss der ja hier irgendwo sein weil der schlägt ja einfach in die Luft und trifft ein Affen das glaubt dir doch keiner ja klar weil die Affen weil die Spuren hier ja aufhören und ich hab ihn ja die ganze Zeit gehört der Polizist ist schräg ich hab nur in die Luft geschlagen der Affe muss schon da gewesen sein ja geil war er unsichtbar oder was sie kommen mal mit in die grüne Minna jetzt steigen sie an Kopf runter jetzt fehlt noch einer ja aber da ist da vorne der vorne nein nein guck mal da siehst du da? ja alter das ist Endgegnertime jetzt der wartet auf dich der hat Bock der will seine Brüder rächen doch nicht da lang ist dir eigentlich aufgefallen dass der Wasserfall aus dem Himmel durch das Dach geht oh lass dich nicht umbringen bitte wir haben nämlich gerade gemerkt uns fehlen nur noch elf das war's ich hab irgendeinen grauen scheiße uns fehlen nämlich ja ja aber warte bitte bevor okay zu spät du hast die Wurfstärme oh das ist doch gut ja uns fehlen noch elf Punkte zum nächsten Skill und für die wir merken gerade für die gibt es leider nichts das heißt schade aber hast den Affen legen elf Punkte fehlen uns für den anderen hat es ja auch keinen gegeben ja das heißt du musst auf jeden Fall jetzt siegreich sein also für diesen Geistaffen den ich da gerade gemeuchelt hab ja komischerweise nicht ja mich auch irritiert okay dann wollen wir mal schauen da oben ja du siehst ihn ist das der oh der ist zu schnell Nils also ich habe ja eben schon hier gespielt da sind wirklich überall diese Hangie Punkte aber die sind nicht überall du kannst sie dir nicht herzaubern da oben da oben nee wie willst du da hinkommen ne aber wenn sie den ja dampfen behalte ihn mal im Auge weil dann sieht man wenigstens wo er hinläuft nee er ist immer noch oben links da das dampfende Ding auf dem Dach oh Gott der sieht dich nicht der sieht dich glaube ich nicht oder ist er abgehauen eben ja ich glaube er ist abgehauen ja 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 da musst du ja hier runter das ist ja oben ja der ist aber du kommst nur da runter da rüber kommst du genau dann nochmal rüber gucken genau da da ist er ja oh man wir sind die Affenmörder yes ab in den Wandschirm jetzt kommt aber bitte nicht in so ein Shinobi Exekution Ark Nice die Affen waren super easy die drei Affen kommen mal hier zu den drei oh scheiß jetzt der Entgegnerkampf ne fuck aber wir haben mal der Affe ist zurück in dem Bild alle sind zurück im Bild ja auch gut die wollten mich noch gestalten muss die Hand nicht mega stinken wenn da so ein alter Knochen verarbeitet ist das ist eine gute Frage also wenn das Fleisch alles ab ist nicht das war's wir sind zurück cool man cool auf die Affen auf die Affen ich hab jetzt wirklich also ich hab erwartet dass da drei absurd wahnsinnige Affen mit mega krassen Skills die ganze Zeit gleichzeitig behaken und man irgendwie mega büten wird aber das war ja eine erfrischende das war eine frischende Überraschung eine Nenjutsu-Technik die das Opfer wie eine Marionette manipuliert verbraucht Geistern wird nach einem Hinterrückstuschen ausgeführt das ist ja nicht zwingend vorüber gehen jemanden der aus diesem Reich hätte fliehen sollen zu bleiben an dem die Mariette wird die das meiste bewegen doch letztendlich werden ihre Fäden reißen ach was weißt du was ich im Chat letzte Runde gelesen habe diese Ratte die diesen du erinnerst dich noch die diesen ähm dieses den Drachen mit dem Kreis den man mit der Kurbel hochdrehen konnte ja und ich glaube das hat nämlich jemand im Chat gesagt der weiß ich das dass man mit dieser Puppenspielerfähigkeit da diesen Typen irgendwie beeinflussen kann dass er ein Symbol gibt dass er ein Signal gibt was er nicht sonst nicht geben würde ah ok du weißt ja falls wir da nochmal hinkommen geil mach die gleich mal hast du schon Angriffskraft geil ok ja mal gucken 5 und 13 ok äh gleich 3 mhm 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 gleich haben wir 3 da warten wir noch guck mal schnell noch ein 3 also wir können entweder hier das noch verbessern dass wir also noch weniger gesehen werden du willst schon sehr schleichen ne du bist ein Schleicher na echt das hilft einem ja total oft dass man einfach nicht gesehen wird ich finde das schon wichtig das finde ich auch nicht so unwichtig wenn wir fehl die Prothese nutzen ja und der Rest sind so Kombos ne die man irgendwie also sie sind auch nicht scheiße aber ähm die würde mich nochmal interessieren da hatten wir diese beiden hatten wir schon diese Karpfen-Geschichte die reduziert den Schaden für die Haltung wenn ein Feind mit einem Schwert angreift gut wie wäre die letztendlich getroffen Haltung wieder her nach jedem Tonschlag ey das ist auch geil die haben wir eben gefunden oder ja glaube auch ergänzt ist dann halt zwei Schläge auch nicht schlecht aber starken Vorwärtsschritt wieder her ich finde sowas müssen wir holen wenn wir merken wir brauchen es wir brauchen so eine Waffe also ein bis dahin ist es halt so wir nutzen den eh selten ich glaube das ist auch aber ganz cool das ist der Ichimoji und das ist glaube ich fett der doppelte ja der Herr halten Wucht Ichimoji R1 nach Ichimoji oder Wucht Ichimoji Folge Ichimoji der Feindliche Konter verändern kann ich glaube das ist eine gute Angriffstechnik ja und da ist auch wahrscheinlich irgendwas geiles versteckt aber wir haben richtig geilen Shit und was ist das das ist neue Tempelkünste Gebetsschläge wiederholte Schläge mit der Handfläche nach Schlägen mit dem Ellbogen was ach come on das ist doch Quatsch naja was heißt Quatsch die haben ein Schwert ja aber wie du siehst das hat auch ein Schwertsymbol wir machen das jetzt so wie du willst aber du kannst nicht alles gleichzeitig machen also mich würde das interessieren diese Geräusche unterdrücken weil ich glaube dass man die die ganze Zeit über braucht egal wo man ist dass es wichtig ist und Ichimoji finde ich auch ganz interessant ja dann lass dieses Schleichen machen weil Ichimoji benutzen wir fast nie können wir ja gerne machen wenn wir zu viele haben aber es gibt noch so viele andere passive Fähigkeiten die uns viel mehr bringen wie diese Haltungsfähigkeit die durchgehend immer sind ach guck mal Homeboy oder Homegirl ja genau ach das ist das göttliche Kind dann jetzt ach darum ging es ja alles ok ja nicht so wichtig krass krass sitzt du da eigentlich immer und wartet bis da jemand kommt oder tot aber er hat ja zwei Leben oder ich meine es zieht ihm höchstens ein Leben ab ja eben er stirbt und jetzt steht er wieder auf und sie denkt haha muss ich wieder eine Leiche wegräumen ja was macht die wie viel besser so eine Falltür da steht er wieder auf Geil Alter Empfang die Macht das werde ich jetzt jedem Feind sagen bevor ich ihn zerstückel Geil ein Odachi das Unsterbliche töten kann Blutrote Klinge nimmt jeden und das Leben der sie zieht also verlierst immer einen wenn du sie na gut mal gucken kann so furchterlich eine Waffe ihr war ein wütiges Geschenk der Träne Geil zum 2 nochmal reden oder ich glaube die beiden sind füreinander bestimmt oder die beiden Kindsköpter Kindsköpter Du kannst jetzt auch zwei Schwerter benutzen aus Oh! Ahhhh! Endlich, Mann! Aber das können wir der Dame erstmal geben. Das ist... Kome? Ja. Kome ist sehr wichtig. Kome ist sehr süß, und wir können auch noch gut sein. Egal, das können wir schön... Nicht essen, nicht verkaufen, das müssen wir schön der Frau geben. Um Reis bitten. Die gibt uns immer Reis, okay. Sakura-Tropfen zeigen? Oder sowas? Ja. 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 Na gut. Ja. Den irresponsigen. Die wir langsam entblättern. eine weitere Auferstehungspower, ey. Das ist schon cool, ne? Das ist genau das, was mir noch gefehlt hat. Aber, also haben wir jetzt Wie genau funktioniert die? Wir werden es sehen, oder? Oh, was ist das? Ein Laser? Alle die Illusionen. Ach, das ist da, wo wir eben waren, oder? Klar, das ist da, wo die Affen waren. Bestimmt. Wollen wir nicht. Es sei denn, da ist jetzt doch mal vielleicht Neues zu entdecken. Wie schön das ist. Guck mal hier an den Wasserfall und so, Simon. Wollen wir uns auch so was bauen? Können wir hier nicht Rocket Beans einfach machen? Ja, lass uns mal hier Rocket Beans machen. Hauptsache Internet. Da freut sich auch der Ton, wenn du die ganze Zeit so einen Wasserfall direkt daneben hast. Den muss man halt ein bisschen ausfiltern. Du musst ja Krugel hier halt mal Überstunden machen. Ja, das kriegt der ja wohl hin. Und wir holen uns einen von diesen neuen, leisen Wasserfällen. Aber Wasserfall muss sein. Guck mal hier, hab ich direkt wieder was ergangen. Wenn ein Wassergefälle gefällt. Okay. Wir haben noch fünf Minuten. Das heißt, wir könnten jetzt einen Tipp, was ist ein Tipp? Ein Vorschlag. Wir könnten jetzt, warte mal, wir haben doch jetzt voll krasses. Wir können uns die Prothesen holen. Wir können uns auch noch den Kürbiskern holen. Mhm. Und weiter weiß ich es nicht. Aber ich glaube, es gab auch noch, wir könnten auch noch zu dem Fischmann, Alter, mit den Schuppen. Ja, das machen wir das nächste Mal, genau. Ey, wollen wir das nicht? Wir können das alles noch jetzt machen, ne? Das sind gar nicht viele Sachen. Einmal zum Hauptreisen, dann reisen wir zu der Brücke. Gehen wir zu dem Fischmann. Sodass wir richtig aufgepowert sind für die nächste Session. Da freue ich mich es um. Fischmann war... Ne, war das... Da, Hirata anwesend. Hier war das. Mit der Brücke? Ja. Ja, da war der. Okay. Da haben wir nämlich damals nicht geguckt. Und ich weiß, dass... Weil ich habe zu Hause nur den Anfang, keine Zeit gehabt, ich habe leider nicht viel üben können zu Hause, aber ich bin... An dieser Stelle war ich schon. Das heißt, leider ist nicht gut, ne? Ja, aber es ist schon... Mein Skill entwickelt sich natürlich nicht so weiter, wenn man so wenig übt. Ja, aber... Guck mal, wie weit wir gekommen sind bisher. Ja, ich bin beeindruckend, dass du... Ich habe ja zu Hause ein bisschen geübt, letzter Zeit auch nicht mehr, aber dass du zum Beispiel gar keine Zeit hattest dafür. Das Problem ist halt auch rücksichtig. Dass man natürlich... Hier war das nämlich. Da ist auch noch... Den holen wir noch, oder? Ja. Das Problem ist natürlich, dass ich gar nicht mehr an die Stelle komme, an der wir sind, weil die... Ach. Ja, du müsstest das ja alles neu schicken. Ja, das heißt ich, ne? Aber gut. Ist nicht schlimm. Wir kommen ja gut voran. Das ist doch alles super. Ja, ich habe auch gar nicht das Bedürfnis im Moment zu Hause zu üben, weil wir einfach so gut sind. Ich frage mich aber immer noch, was mit den Affen ist. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass man nochmal gegen die antreten muss. Kann man nicht vorstellen, dass die Leute sich immer über die Affen aufgeregt haben, wenn dann es am Ende nur so eine Schnitzeljagd ist. Also den kann ich nicht... Das ist ein Böse, oder? Nee. Aber der ist wahrscheinlich Akilima, ja? Ja, gibt wahrscheinlich nichts, oder? Doch! Alter! Wie viele von den Dingern wir jetzt haben! Und ich meine, da ich ja schon an dieser Stelle war... Ja, ja, ich weiß, wo der ist, aber ich meine, dass auf der Seite war auch noch einer. Echt? Mehr als zwei in dem Ding hier? Weiß ich nicht, aber... Da ist er noch, was leuchtend ist. Da war ja auch keiner mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ah doch, da ist er. Liegt einfach so rum. Geil. Das waren sie jetzt aber echt alle, oder? Ich denke schon. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Hier kannst du nicht mehr weiter. Ja? Ist das? Ach so, das ist ein Felsen. Ja, ich sehe auch nichts mehr. Dann schwimm ich schwimmen. Aber, also ich habe den gefunden, aber ich habe noch nichts gekauft, oder so. Ich weiß nicht, was wir... Ich auch nicht. Was wir da jetzt bei dem am besten... Ach, guck mal, jetzt haben wir wirklich drei Kreise. Ich kann mich an einen Tipp erinnern. Geil. Dass wir da nicht direkt alles ausgeben sollen, sondern sehr genau... Man würde nicht alles brauchen. Es gäbe ein paar Sachen, die sind richtig wichtig, ein paar nicht. Das ist so lustig. So geil. Das ist doch der Allerbeste. Diese Hand, die da... So. Wir haben sechs. So was zum Beispiel ist doch konsumierbar, brauchen wir nicht. Nee, nee, so was nicht. Also die beiden würde ich auch erst mal sagen. Warte mal, was macht die? Die? Reduziert die Ansammlung an Verbrennungen, erhöht leicht den Verbrennungswiderstand, halte aber nicht die Brennstatusanomalie. Anwendung 0 zu 5 im Lager. Alter, was ist das hier für ein teures Ding? Sieben. Das hier. Ich meine, haben wir nicht irgendwo schon mal eine andere Hälfte von dieser Maske gesehen? Naja, ich glaube sogar, ich weiß wo, ich glaube, das war vor dem Dungeon, wo es runterging, dieser Händler, der sein Zelt in dem Gebäude hatte. Und die Frage ist, was macht die Maske? Weil wenn die halt krass ist, dann... Aber die andere Maske, das weiß ich noch, wir haben noch gesagt, irgendwann kaufen wir die und ich glaube, es waren 5000 oder so. Da waren es dann nicht Schuppen, sondern... Hier, was ist das? Fließender Übergang. Fließender Übergang verbindet Angriffe in einer tänzerischen Bewegung und überwältigt Feinde mit eleganter Aggression. Das klingt super. Obwohl es eine Aschina-Technik ist, befand man sie wegen ihrer fremden Herkunft für heretisch. Also ich meine, ich kann immer meine Meinung dazu sagen, ist, das Ding scheint mir krass zu sein. Wir haben so viele... Ich weiß, du willst jetzt... Du willst... Ich bin bei dir. Weil wir haben so viele Sachen, noch in unseren Fertigkeits... Ich sag's für die Zuschauer. Wenn du schon mal bist, ist es geil. Für die Fertigkeitsbücher haben wir so viele unentdeckt, also Skills, die wir noch nicht ausgebildet haben. Das sind eigentlich nur mehr Optionen, die wir uns ja schaffen dadurch. Und das hier ist halt... Keiner weiß, was es ist. Und wenn wir so dicht davor sind, ey, juckt's mich voll zu wissen, was diese Dreck sind. Ja, dann lass warten, bis wir die andere Schuppe haben. Ja, wir brauchen noch eine Schuppe. Und dann gehen wir hier hin. Geh nochmal kurz... Geh mal bitte zurück zum... Lass uns das noch schnell machen hier mit den ganzen... Ja. Geschichten, die wir uns reikaufen wollten. Und noch ein leichter Geldbeutel. Kannst du ja kurz teleportieren. Ja. Hier ist nämlich... Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit, aber das können wir vielleicht noch schnell hinkriegen. Äh... Dann machen wir noch... Genau, unser geiles... Wir könnten auch den Reis noch, aber nee, das kriegen wir nicht mehr. Den Reis machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge, genau. Okay, jetzt kurz mal überlegen. Wir haben den Reis. Es gibt immer noch diese Kiste. Wir hätten irgendeinen Schlüssel. Aber da müsste man unsere Items durchgucken. Irgendwo haben wir für irgendwas wahrscheinlich mal einen Schlüssel gefunden. Ich hab das schon ein paar Mal gelesen, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wo. Kann man nochmal gucken. Reis, vielleicht Schlüssel. Und, äh... Wir haben so viele Ecken, so viele lose Enden noch. So, dann gehen wir erst mal zur Holden Might. Und den Kürbis würde ich auch noch gerne kaufen, den Kürbiskern. Das ist die Holden Might. Ja, nicht da. Na gut, dann machen wir erst mal die... Oh, Mais. So. Jawohl. Achso, haben wir... Nee, Kohle muss ich vielleicht erst mal holen, oder? Doch. Wenn du das haben willst, dann... Wieso nicht verfügbar? Was fehlt? Shit, deswegen, oder was? Das... Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, nee, das ist so, aber funktioniert das nicht. Kann eigentlich nicht sein. So. Wir haben alles, wir brauchen nur das. Ach, ich verstehe, du willst das... Das Teil fehlt, und ich wollte gern diesen... Shit, ja, okay, dann können wir das jetzt nicht machen, dann können wir halt... Na, wir müssen jetzt auch nicht... Du kannst auch... Wir müssen auch gar nichts kaufen. Aber du kannst auch hier mal den Regenschirm mal gucken. Weil der Regenschirm bringt dann das Feuerrohr wiederum. Ah. Aber den können wir uns ja leisten. Ja, wir wissen immer noch nicht... Der Magnetische schafft man. Ja, wir wissen aber immer noch nicht, ne, ob's gut ist. Aber guck mal, das kostet fast nichts, was wir... Vermissen würden, ne? Man würde dann das Nächstes da... Oder die Axt. Also, wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir haben keine Zeit, wir können nicht ewig rumdiskutieren. Okay, die... Entscheide dich. Warte. Ach so, ja, komm, dann machen wir jetzt das. Den haben wir häufiger benutzt. So, jetzt geh doch mal bitte schnell zum Händler. Das machen wir auch noch. Der Händler da unten, und dann gucken wir mal, ob wir noch Kohle haben für... Dankeschön. Aber haben wir nicht noch einen Reiskon für die Flasche? Hast du nicht gesagt... Äh, hier sollen... Jetzt müssen wir erst kaufen, da. Kürbiskon. Kürbiskon. Aber haben wir nicht... Ach so, wir haben noch gar keins... Ach so, jetzt check ich das. Das kostet was, 4000? Ne, ich glaub, 2 oder 1000. Ich weiß nicht, guck mal einfach. Ganz unten. Äh... Kürbis haben. 2000. Na, das kriegen wir doch vielleicht sogar hin. Meinst du? Na gut, guck mal. Ich weiß nicht. 2000 brauchen wir. Wir haben... Wir haben 514. Doch, das schaffen wir. Nein, nicht. Pass auf. Ja, das schaffen wir. Okay. Dann müssen wir nur noch die Dame suchen. Und dann hoffen wir... Ach nee, man kriegt nur 500 durch den. Ach, shit. Ich dachte, man kriegt 1000. Ja, jetzt schaffen wir es natürlich doch nicht. Ja gut, aber dann könnten wir ja gleich... Ja, dann lassen wir die jetzt aber lieber unangetastet, sonst verlieren wir die. Oder... Na gut, wir können ja auch verkaufen. Einfach, ne? 800, und dann verkaufen wir was für 200. Das ist doch möglich. Jo, dann... Warte. Okay, dann komm, dann machen wir jetzt hier Schluss. Wir sind am Ende seit 5 Minuten. Nils kann sich einfach nicht entscheiden. Was? Das ist fassbar. Du hast es so lange rausgezögert jetzt. Das hätte in 2 Minuten alles gemacht sein können. Wir machen das alles jetzt beim nächsten Mal. Und hören jetzt hier auf. Danke, es war schön. Oder? Ja, es hat Spaß nochmal. Wir haben ein bisschen gelegt, Progress gemacht, viel entdeckt. Das war eine coole Folge. Das war eine richtig coole Folge. Das macht Spaß noch, diese 23 Ginichiro-Folgen. Mal gucken, wann es weitergeht und wie. Ich weiß es. Ich sag's nicht. Tschüss. Tschüss. Ich sag's nicht. Untertitelung des ZDF, 2020